und damit ein herzliches willkommen zur nächsten folge von EEP. Ich werde in dieser Aufnahmesession kürzere folgen jetzt mal ausbringen. das heißt die folgenlänge, wenn ich jetzt so im bereich so circa zehn minuten jetzt so anlehnen, hat die bewandtnis, dass halt mein Upload bei der Internetleitung die ich hier zur Verfügung stehen habe nicht die beste ist. Also ich habe hier ein 0,5er Upload ungefähr. Habe ich auch schon bereits einige mal im ETS 2 vorletzt schon gesagt, ich rege dich darüber aufgeregt, weil das ist, naja zeitgemäß ist halt was anderes. So, ich verändere hier noch klein wenig was am Bahnsteig. Des Weiteren habe ich auch den Sound-Bug bei der V100 nun einigermaßen hinbekommen. Das heißt, die hat jetzt nicht dieses quietschende Fahrgeräusch. Das überlassen wir mal lieber moderneren Nahverkehrstriebzügen. Zum Beispiel im Quietschi. Da war halt die Ursache für das Problem war eine falsch eingestellte Datei. Muss ich so vorstellen, in EEP die gesamten Installationen erfolgen über eine sogenannte InstScript Datei. Das ist nichts anderes als ein Textdokument, in dem halt drin steht, wo was hin zu installieren ist. Und da war halt ein Eintrag falsch gesetzt, wodurch die bereits installierte Datei nochmal überschrieben wurde. Und ich kann jetzt hier nochmal einen kompletten Bahnsteig neu bauen. Besten Dank an diese Idee von mir. Jetzt hier wieder alles neu bauen kann. Aber naja. Machst halt nichts. Ich sitze hier halt auf eine etwas niedrigere Höhen-Ebene. Ich habe jetzt auch ein bisschen auf anderen Epochen mäßig passenden EEP-Anlagen mal nachgeschaut. Ich habe mich jetzt halt dafür entschieden. Ich nehme jetzt den Bahnsteig hier an der Stelle etwas runter. Wenn er noch so ein Übergang kommt, dann noch ein passendes Schild hin. Für Unbefugtheit ist überschreitender Gleitze verboten. Dürfte eigentlich auch bekannt sein. Gibt es auch dementsprechend passende Schilder für. Guck das hier dran. Das hier. So. Bei der Ausfahrt ist halt noch kein... Also das Video ist gerade erst beim Hochladen gewesen. Ich habe um halb sieben heute Morgen damit begonnen. Nee. 6.17 Uhr, weil zu dem Zeitpunkt fahre ich draußen wieder der Bus lang. Momentan ist ja wieder Umleitung. Wir fahren hier von meiner Haustür lang. Ich kriege jedes Mal einen Schreck, denn der nächste müsste in 12 Minuten kommen. Gehe mir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn die Folge rauskommt, dann sind es 17 Uhr. 17.17 Uhr fährt eigentlich wieder der nächste. Nur mal so ein kurzes... Neu, damit ich mal gesagt habe, wann die ungefähr hier mal lang kommen. Sind die ungefähr gleich breit? Tatsache, sind gleich breit. Das hier kommt von der Brett auch hin. Bloß noch hier immer einsetzen. Muss ich mal kurz überprüfen, war das jetzt ein 5 oder war das ein 7 noch? Ja, ein 7 noch. Da wird es dann nämlich doppelt genommen. Sieht dann blöd aus. Das wäre jetzt breit. Deswegen Abständen, das ist halt zu breit. Hier haben wir die 5er. Das ist schwierig bei dem Set da überhaupt einen richtigen Durchblick erstmal zu bekommen. Gerade wenn man damit auch überhaupt nicht gearbeitet hat, dann ist das ja noch ein bisschen schwieriger. als für gewöhnlich. Also wenn ich hier mal ausrasse, dürfte bekannt sein, warum? Ich werde meinen Computer nicht kurz und klein schlagen. Viel zu teuer gewesen dafür. Das wäre jetzt eine unschöne Lücke. Das Übergangsstück wäre jetzt passend. Nope, das ist für da drüben. Ist das ein breites? Nein, das ist nicht das ein breites. Dann passt es auch hier von den Abständen her doch ganz gut. Auch das nächste Dachsegment einsetzen, einpassen, fertig. Dann baue ich hier noch ein kurzeres Stück dran, dann kommt noch der entsprechende Abschluss dran. Und dann war es erstmal an diesem Punkt, was zumindest das eine Bahnsteigdach betrifft. Das war das schmale Modell. Das hier ist das etwas breitere. Da kommen noch die passenden Abschlüsse dazu. Aber zumindest ein Bahnsteigdach fertig. Bei dem ist gerade noch ein bisschen Ahnungslosigkeit vorhanden. Was passiert, wenn ich das hier mit hier einsetze? Ah shit, da habe ich ein Flimmern. Das hier unten ein und werde jetzt mal die Werte von dem hier kopieren und hier mal einfügen. Mehr als dass es scheiße aussieht, kann ja nicht passieren. Mann, das ist gerade echt anstrengend. Also folgende Link sind jetzt so ungefähr in dem Zeitraum 5... Also so zwischen 10 und 15 Minuten möchte ich das jetzt erstmal halten. Sein ich kriege jetzt eine bessere Internetleitung, wieder erwarten, wohlgemerkt, dann hätte ich kein Problem, das wieder auf volle Länge zu nehmen. Ich glaube, hier gibt es kein Übergangsstück dazu, oder? Wie hat der Konstrukteur das eigentlich damals gelöst? Habe ich hier... Nein, es gibt keine Dokumentation dazu. Dass man hier halt das Bahnsteigdach weg, das würde ja auch gehen. Kommt halt bloß da noch eine Überdachung hin. Was hier? Ja, hier. Natürlich sollte man es dann um 180 Grad drehen, dann passt das hier alles. So würde das jetzt mit dem Bahnsteig daraus sehen. Bei der anderen Ausfahrt... Hier. Gut. Die Folge, wo es ja alles erklärt wird, ist ja gerade noch am Hochladen. Wo er ist schon hochgeladen. Bin ich aber jetzt so auf die Idee gekommen, ich verschiebe das noch ein kleines Stückchen weiter nach hinten, bis an der Anlagenkante ran. Und wer da mal was zurecht basteln, dass das an ihrem geraden Abschnitt dann liegen würde. Das würde die Arbeit um einiges vereinfachen. Obwohl... Ja, ich lasse es halt bei der gebogenen Ausfahrt. Hier könnte ich aber noch einiges dran verändern. Das wäre ja auch noch möglich. Und hier wird dann alles noch verlängert. Aber naja. Wegen gegebener Folgenverkürzung. Dank... meiner... sehr guten Internetleitung. Beende ich jetzt erstmal an dieser Stelle die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge von EEP.